Ich habe ehrlich gesagt, um diesen Bammel jetzt hier reinzuspringen, mit der vollen Equipment-Geschichte auf dem Rücken, ob mir die Flasche da gegen den Kopf haut oder so. Mal gucken, was passiert. Da muss sich Janine keine Sorgen machen, denn die Flasche ist immer unterhalb des Hinterkopfes festgemacht. Bereits in sechs Meter Tiefe treffen die Schnuppertaucher auf einen riesen Schwarm Makrelen. Der Kurs erlaubt eine Maximal-Tiefe von zehn Metern. Die Tauchzeit hängt vom Sauerstoffverbrauch ab. Janine und Markus bleiben rund 30 Minuten unter Wasser. Direkt am Hausriff von Royal Island gibt es für die beiden auch schon eine Menge zu bewundern.